Ich bin, wie gesagt, gerne bereit dazu zu lernen, aber das ist bis jetzt das Problem, dass das im Prinzip keiner macht, dass im Prinzip alles oder alle, die mich haten, dass die einfach auf einer Ebene haten, die substanzlos ist. Und ich erwarte aber, dass jemand, der sich mit mir in den fachlichen Ringen begibt, auch standhält und auch fachlich standhält und zumindest weiß, wovon er spricht und nicht einfach nur behaupten, in die Welt setzt oder vom Hörensagen, ohne eigene Erfahrung. Also, wie gesagt, bis jetzt habe ich von Holger nur gehört, dass andere quasi seine Ansicht, seine unbewiesene Ansicht oder ungecheckte Ansicht einfach...